Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Observer. So, dann gucken wir mal wie es weiter geht. Ne, das wollen wir nicht. Da waren wir gerade. Okay. Hmm. Licht gibt es hier keins, hä? Schade. Aber das kennen wir ja noch. Äh. Syncrozine. Refill. Syncrozine. 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 Schade. Der automatische Säge läuft. Och, Augenprothese! Rekorder... Äh... Rrrr... Fuck... Scheiße! Iiiiii... Iiii... I've seen these before. This will help me decrypt the figure. List of subjects. Terminated. What the hell have you been doing, madam? Are they okay? What the hell? Ich weiß nicht, dass ich nicht so gut bin. Ich weiß nicht, dass ich nach fünf Jahren arbeite, ich weiß, wie es sein würde. Aber, ohne meine Daten, das ist ein langer und langer Weg. Juli 25, 2083. Ich weiß nicht, dass ich... Ich weiß nicht, dass ich in meine Forschung bin. Ich helfe meine Daten aus Chiron. Ich war nicht, dass ich andere beteiligt habe. Das macht das ganze Ende, sogar riskierter als es bereits war. Aber ich muss realistisch sein. In der Ausbildung dieser Größe, ich brauche all die Hilfe, die ich bekomme. September 2, 2083. Ich hab noch ein paar meine Daten zurück, für alles gut ich habe. Die Beobachtungen sind nicht stabil. Fakultiertes, mental disorders. Sie sind einfach... broken. Incompletten. Ah, das letzte Mal. Er hat gerade angefangen, und er... nie hat mich aufhören. Ich hatte keine Wahl, aber zu terminieren. Ich kann es trotzdem hören. Ich kann es trotzdem hören. September 16, 2083. Ich habe noch nicht viel sleep. Drugs. Drugs do have a decent job of keeping me awake, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich fühle mich die Antworten und mich drohen ... ... Maybe I'm just destined to fuck up, to fail everyone. Seems to run in the family. Project, oh fuck. Shit. I, uh, I, uh, uh, I, I don't, I don't remember what day it is. The dreams are getting worse. No doubt a side effect to the stimulants. I just need to ask Jack to adjust the dosage. What's worse is, I think my subconscious is starting to seep into my waking hours. The other day I could swear I heard whispering coming from the black box. Since that's clearly impossible. I have to attribute the symptoms to sleep deprivation. Oh, and yet sir? I, uh, usually don't put much stock in dreams. But this one was so vivid. I turned on my last day at Chiron. I was back in the boardroom. The executive giving me the same condescending look. telling me to grow up. To move on. Only this time, his face was different. It was a sneering mask of contempt and disapproval. Okay. It was the face of my father. Okay. Hi. Dei Marc, dei. Dei Marc, dei. Da haben wir doch schon alles. Hier lag nichts mehr rum. Hier ist noch ein Audio-Gerät, genau. Es tut mir leid, dass ich so oft gehe. Ich werde perseveren, wie man muss. Okay. Boah, irgendwo ist hundertprozentig noch was. Bis auf die Knöpfe. Wird hier doch irgendwo noch was sein müssen. Na ja. Oh. 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 Oh ha. Oh. 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 Ich will mir das angucken. Ah, jetzt. Okay, wir haben da was kaputt gemacht. Und es ist wieder dunkel. Ah, okay. Ich habe eine Nachsichtlampe. Ernsthaft? Sagt mir das keiner. Mann, Mann, Mann. Das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Einer leckt mich am Arsch, Mann. Oh, verhärt. Geil. Geil. Okay, ich muss in die Nähe von dem Monster. Nicht gut. Gut. Oha. Warum ist... Wieso frage ich überhaupt... Wir machen das mal vorsichtshalber zu. Okay, ich glaube, das sind einfach nur Dinge, wo ich mich verstecken kann. Aber mehr auch nicht. Aber dann werden wir die Folge hier auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr ja lasst ein Blumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt uns spannend, genießt den Tag und bye bye.